Ab sofort ist diese hier angebotene Zwei-Zimmer-Mietwohnung bezugsfrei. Die vollständig renovierte Wohnung liegt in Wiesbaden Nordost. Das im Jahr 1900 erbaute Haus verfügt über drei Etagen. Das Objekt befindet sich in der zweiten Etage und wird über eine Gas-Zentralheizung beheizt. Die Wohnung bietet eine Wohnfläche von ca. 43 Quadratmetern. Die Gesamtmiete dieser Wohnung beläuft sich auf 549 Euro. Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen.